So, da ist mein Spiel mal ganz kurz abgestört. Ich bin aber wieder da. Wir fangen an mit... ...wie auch immer 22 normal sind. Komm jetzt, bitte warte gar nichts hier. Ich hab hier gerade Kabel... Sieht nicht so aus, als würde das mir irgendwas bringen. Sekunde mal. Sieht nicht so aus, als wäre das irgendwie wertvoll. So. 21 Drehungen haben wir noch. Von den normalen und da haben wir noch... Ja, 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 nein! Was soll ich mit nem Cowboyhut? Oh, ich brauch Kohle. Kein Cowboyhut. Na, auch... Okay. Danke. Ihr weiß, das wird jetzt wahrscheinlich eines der kürzesten Videos hier auf meinem Kanal. Bitte, bitte. Danke. Wahrscheinlich auch nicht Zeit. Ich versuch dann das ganze Zeug hier irgendwie zu verkaufen. Komm. Warum bekomm ich heute... Warum bekomm ich heute ne Scheiß? Komm. Aber dann haben wir bei den Super Whalespins mein Glück. Bitte, aber ich brauch hier die Koh... Na... ... Kein Zylinder! Ja, die 160.000 möchte ich gerne haben... einmal haben. ... ... ... ... ... ... Ich weiß! Ey, das kann's doch nicht sein. Was soll ich mit schulen, ha? Nein. Und auch nur Ruf brauche ich nicht. Komm, Leute, bitte nur noch 13. Und ich habe kein einziges Mal Geld bekommen. Jetzt hier. Jawohl. Jawohl. 100 Grad. Okay. Das war perfekt. Und jetzt nochmal. Nein. Dafür bekommst du aber auch gar nichts. Also bitte. Ja. Nein. Dann hätte ich wenigstens noch das Auto unten drunter gewollt. Oh Mann. Das ist der Scheiß. Oh Mann. Noch 10. Das Video wird wahrscheinlich nie mal 5 Minuten lang werden. Ja. 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 Doch. Geld. Geld. ist immer das, was ich brauche. Ja. 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 Genau so. Soll es. Na. Aber dafür werde ich in den Super Will Spins geiles Zeug bekommen. Und das war's. Na. Ich hätte gerne das Auto oben drüber gehabt. Aber Porsche Turbo bringt mich absolut an. Oh. 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 Sehr schön. So. Fall 700.000. Aber ich brauche 8 Millionen für mein Traumauto. Das ist es. So. 2 Drehungen übrig. Nein. Nein. Okay. Letzte Drehung. No. Jawohl. Okay. Aber der 2013er Shelby GT ist auch ein geiles Auto. Also, da, über dieses Auto, warte, über dieses Auto hier hier unten, hätte ich mich auch gefreut. Das war ok. So. Letzter normale Wheel Spin. zwar lege der aber so und jetzt neun überraschend ich hab gesagt ich will hier was geiles bekommen nach hier ordentlich knete da ist das für ein scheiß betrug hier ja bitte nein nur kacke heute also wirklich ich werde wahrscheinlich versuchen jedes einzelne auto zu verkaufen jetzt komm hier bitte enttäuschen jetzt hier bitte letzter spin bitte gönn mir jetzt was gutes ja ironite ok da könnte glaube ich was wert sein der konnte das darin habe ich hoffnung eventuell sind ja keine autos rausgekommen eventuell eventuell ich weiß nicht so 100.000 das war ein scheuenpunt ach die kacke habe ich viele autos ja da 25% ach ja aber was jetzt hier dieser ironite 800.000 ist alles nicht so tief entfernt ich versuch dann was zu verkaufen und ja damit hoffe ich dass euch dieses wahrscheinlich kürzeste video ist dass die karte ich hab dich für das nächste schaurennen vorgeschlagen jetzt die schlechten neuigkeiten es gibt keine schlechten neuigkeiten wir sehen uns an der startlinie Ich muss jetzt eine Route dahin planen, so war dann sicher. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Video gefallen hat. Damit sieht man sich wieder in der nächsten Folge. Hade rein. Ciao. Leute.